Habt ihr es nicht gesehen? Er ist Maviose! Habt ihr es nicht gesehen? Habt ihr doch alle Sorgen in den Knopf? Ihr habt doch gesehen, alle die drauf waren, waren Tätten, naja gut, nicht alles, was... Hallo Leute, wir kommen zurück zu anderen Folgen, Let's Play Minecraft. Zurück mit einem... ...Mine-Kraft. Irgendwas, Dings. Ähm, ich weiß, ich hab ja gesagt, ich will einfach ein bisschen mit Shader aufzunehmen. Ihr seht, ich, ähm, ich muss sagen, mit Shader nehme ich ungern auf, weil ich den Shader nicht so mag. Ich habe jetzt einen anderen Shader drin, ähm, der ist fast nicht zu erkennen, aber... ...es ist so ein ganz schwacher Shader, also richtig schwach. Er hat sich nur so ganz einen kleinen Hauch ange... erhöht, einfach. Aber ich find das so ein bisschen besser, ähm, vor allem gesehen, vor allem so mein Skinnier. Der ist ein bisschen roter und alles ein bisschen kräftiger, wie man sieht, die Farben erstmal. Aber wenn die Farben kräftiger sind, ist, glaube ich, alles viel besser, oder? Wir find'n, das sieht ein bisschen besser aus. Aber so allgemein gesehen nicht. Naja, egal. So, heute ist Miner Mafia dran. Ich habe gestern, oder? Ich habe vorgenommen, das Thumbnail dafür designed, und... ...und... ...ja, ich wollte irgendwann mal wieder mein Mafia aufnehmen, aber... ...dazu kann's halt nicht, und ich habe vor jetzt mein Mafia unten, ähm... ...ne Playlist anzulegen mit 1, 2, 3, so Parts und sowas. Ähm, ob das gut ist, weiß ich nicht. Hat's mein Mafia Let's Plays. Ich werde, ähm, versuchen, drei Runden pro Aufnahme hinzubekommen. Egal, ob die schlecht oder gut sind. Das heißt, wenn ihr diese Aufnahme hier seht, die nehme ich direkt, egal, ob die gut oder schlecht sind. Ich nehme jetzt nichts danach mehr auf. Ich habe sowieso, ähm... ...dafür wenig Zeit gerade und sowas, weil ich nachher wieder smiten möchte. Ja, wie ihr seht, die smiten, wer mit smiten will, muss mich nur enden unter Darknet 4, 4, 4, 7. Und wer mit mir aufnehmen möchte, muss es gerne auch tun. Hallo Standardskin, du kleiner Missgeburt von Steve. Dich mag eh kein Mensch. Hallo, hallo Steve, Steve. Hey, du Steve-Kopf. Der hält so, weil ich drücke, ich drücke mir da Maus durch, das heißt, ich spamme auf der Maus, wenn man, dann ist man schneller, ist der. Pass auf, jetzt krieg ich gleich das Eisenschwert. Und? Ich bekomm's nicht. Er ist meiner. Wenn du's wagst, mich zu Schlag. Ich bringe ihn um. Geh. Nein, Musik stört das ganze Feld. Ich bin zwei. Pupsi. Nein, egal. Lass mir Musik an. Nein, die Musik ist aus, ob's dir noch passt oder nicht, so. Ich guck, ob Pupsi testen. Ja, Pupsi war auf jeden Fall testen, den ich mal nicht sagen. Nicht so, einfach mal hier gehen. So, rein und testen. So, auf in den Test, da hauen da mal. Guck mal, besser. Schlag mich nicht. Ich mag, wenn du noch einmal auf mich ziehst, ich bringe dich um. Ich bringe deine Eltern, wenn du nur einmal... Ich will aus den Testen da raus, lass mir raus. Nein. Alter, alter, alter. Seht ihr es nicht? MC, 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 dort. MC ist, MC, MC. Ein kleiner Mafiose. Komm her, du Mafiosenkind. Habt ihr es nicht gesehen? Er ist Mafiose. Habt ihr es nicht gesehen? Habt ihr doch alle... Socken in den Kopf. Ihr habt doch gesehen, alle, die drauf waren, waren und hätten... Na ja, gut, nicht alle, es war ja Glück. Ich wollte eigentlich gerade random töten, ehrlich gesagt, aber... Habt ihr es nicht gesehen? Er war Mafiose. Hab ich es nicht die ganze Zeit gesagt? Ich hab's gesagt. Der war Mafiose. So, erste Runde gut. Komm, der gut abhacken. Aber ich hab doch gesagt, sie sieht, ich kann's doch. Ich kann Mafiose und Meiner unterscheiden, was viele halt nicht können. Ah, dazu will ich jetzt mal ganz kurz die Random Killer ansprechen. Die Mafiosen, die sich untereinander meinen zu töten. Ja, ich bin YouTuber, meinetwegen. Ja, genau. Ich bin auch PornTuber. Genau, ich bin ein PornTuber. So, wie es sich, ähm... Ja, wie es immer so ist, ich bin ein PornTuber. Ja, hier kommen wir ganz kurz. YouTube-Strich. Der Aruf. Nehme es sogar auf, mein Freund. 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 Ja, Geig lügt. Niemand will. So, und los geht's. Truhe. Morgen. Mit einem Hauch von Thaddeus. Das gehört in den Müll, so wie es sich gehört. Ähm, ja, ja, vor diesem Video seht ihr mein, ähm, neues Intro. Ich hoffe, euch gefällt das allgemein so gesehen. Ähm, das Pupsi schon wieder. Ja, Pupsi, hallo, Pupsi und MC Gamer, du warst ja Mafiose. Da hab ich dich umgebracht. Ihr habt ja nicht... Ähm, ich dachte, wir wären Ender... Jo, war doch eine Ender-Chez. Da bin ich einfach richtig, war doch mal eine Ender-Chez. Ich bin, glaube, paranoid geworden. Naja. Und ich bin meiner. Wäre das gedacht, so, wenn ihr euch direkt anfangen... Wenn ihr euch anfangen zu töten, bringe ich euch schon. Und? Seid ihr gut? Ja, komm, ich glaube euch mal. Die sind Standard... Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Ich war gerade testen. Wenn ihr mich jetzt... Alex, Alex, Alex will doch getötet werden, der ist meiner, der will MC Gamer, er will getötet werden. Tu das nicht, der ist meiner, er will das doch nur. Er möchte es doch nur, tu es nicht, der ist meiner. Ich hab ihn gewarnt. Aber der ist Mafiose, Junge. Er ist Mafiose, so wie sich das gehört. Oh, oh, oh. Hä, was ist jetzt passiert? Ich hab nur noch gesehen, der war meiner, hat 20 Kampel verloren, entschlagen die sich alle. Boah, 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 boah. Null Verständnis dafür, keine Ahnung. So, letzte Runde, hab ich wieder in 3-Runden zusammengehabt. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, oder allgemein, oder mit mir aufnehmen wollt, ich blende es noch einmal ein. Darkness, wie viel, wie viel, sieben, edit mich gerne und edit mich. Ja, genau. Könnt ihr mit mir jetzt mal aufnehmen, wenn man euer... Wichtig ist nur, wenn ihr mich aufnehmen wollt, müsste man eure Stimme erkennen können. Das heißt, ähm, man muss eure Stimme gut erkennen können. Also, 40 Euro Headset ist da auf jeden Fall schon mal drin. Also, halt, ein normales Headset, damit man eure Stimme erkennen kann. Nicht so ein billig Headset, dass man so nuscheln nur hört, oder sowas. Das ist auf jeden Fall so komisch, dass man hört. Das ist das, was wir nicht haben wollen. Wir wollen ein ordentliches Headset haben, hören und... Ja, und alles so drum und dran. Und... YOLO. Naja, wir haben heute. Dann noch mal gucken, wie gut wir es ist. So, los geht, los geht's. Äh, ich war ganz gut, hier, Skype hier, schreiben mal. Wir schreiben, aber geil. Äh, was ist meine Lieblingsfarbe, Leute? The Ever AP. Äh, Everly AP. Ähm, ähm... Ihr dürft mal raten. Los, ratet mal. So, blau. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Wer jetzt richtig gehört hat. So. Warum fragt ihr mir das, was das geil ist? Ich dachte, ihr wolltet mir aufnehmen, oder sowas. Deshalb dürfte mich dort helfen, und so. Aber... Doch nicht, um mich zu fragen, was ist denn die Lieblingsfarbe? Dazwischen, also zwischen dunkel und hellblau, irgendwie. So, dazwischen ist so mein Liebling. Sind halt so. Dadaa. Ich bin nur um. Nein, ich wollte, ich wollte, ich wollte. Hallo, ich hab' manager Sachen, tönte mich! Alter, was bist du für einen Standardskin? Muschi, lecker oder was? Leck deinem Muschi. Na, hab' nicht verreckst du. Wo bist du? Wo bist du, mein Freund? Fucking Standardskin. Weil A бы hat nicht umgebracht. vestigte Testen. du mein freund tötet kraft den kill drei junge tötet ihn hallo das sind alles mafiosen kann das sein blubwichser ja los mädchen mit sie töte ihn töte er ein kommt zurück tötet ihn bitte auch kommen nein die musik aus der stadt meiner aufnahme er stellt meine aufnahme ich habe eine playlist untergelegt wenn das nicht verspielt das klingt dann voll scheiße macht die musik aus danke nein mach jetzt nicht das was ich denke du lässt die musik aus du sollst die musik ausmachen und nicht anmachen macht die fucking musik jetzt aus jungen tüte kraft den kill aber gewonnen ja nein soll es ausmachen ja nein selbst ausmachen macht aus geht nicht weg ich bin tot die soll ausmachen ja ja schlag ihn weiter ich dachte ich nicht gegenseitig ja ja endlich hat den umgebracht endlich danke ich hoffe euch hat diese aufnahme gefallen tschüss und bis zum nächsten mal rein euer firetube epiz haut rein und stoppt die aufnahme sie haben post